Meine Damen und Herren, das Wort bekommt nun Frau Dr. von Berg für die Fraktion Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, unsere Gesellschaft wird sich ändern. Unsere Stadt wird sich radikal verändern. Ich bin der Auffassung, dass wir in 20, 30 Jahren gar keine ethnischen Mehrheiten mehr haben in unserer Stadt. Das ist auch das, was Migrationsforscherinnen und Forscher sagen. Wir werden in einer Stadt leben, in der es einfach, dass unsere Stadt davon lebt, dass wir ganz viele verschiedene Ethnien haben, ganz viele Menschen, dass wir eine superkulturelle Gesellschaft haben, meine Damen und Herren. Das ist das, was wir haben werden in der Zukunft und ich sage Ihnen noch ganz deutlich, gerade hier in Richtung rechts, das ist gut so. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.